EU-Ei-Geschwein. Okay, Leute. Wir sind in Escape Room. Der kranke Kollege mit meinem Freund Leo King. Jetzt musst du auf Ready gehen. Und jetzt starten wir. Ich bin gespannt. Ich hab... Oh Gott, es lag kurz. Oh mein Gott. Oh Gott. Es geht. Oh, bist du? Wie siehst du denn aus, Alter? Oh mein Gott. Sieht aus wie ein US-Rapper. Okay, mit Shift kann man zoomen. Null. Oh mein Gott. Okay, was waren wir? Halt! Da musst du wissen, wenn der Bar wo ist. Haupt, die Abi ist da der im Lampe und Prall. Ey, es leckt so hart. Bei mir, wenn ich immer ein bisschen mit meiner Maus nach links gehe, direkt wandert sich die Radwählung. Ähm, ja, ja, das bei mir auch. Hätt ich warm? Da kann man warm machen. Das kann man bestimmt bei den Settings. Maus. Kann ich rennen? Ähm, FPS 200. Also ich geh kurz auf die Einstellung. Ja, die FPS. Wo ist FPS? Unten. Ah, FPS. Ich hab doch 200 gemacht. Nein, ich würd's aber nicht auf 200 nehmen, weil ich glaub der Monitor hält nicht so viel aus. Okay, dann mach ich auf 100. Ja. Ja, jetzt geht's bei mir. Entschuldigung. Erstmal hier angucken, was hier los ist. Oh mein Gott, das ist immer noch übertrieben. Ja, ja, das mit dem Maus bewegen ist schon sehr, sehr übertrieben. Warum steh ich so hoch? Ach so, ich steh auf ner Box. Ah, das ist ein Tresor. Mein PC hält viel aus eigentlich. Kann ich dir nicht gegen den Kopf werben? Ich hab's im Grunde gehofft. Okay, ich mach auch auf 200. Was steht da? Baby per heißen. Ich hab' und du gehst eineuhan Menge oder bell und an die Smithsonian zu sagen, wie das so commemorate sind. Bei Gabriela. Ach nee. Das letzte Mal als ich das Spiel gespielt hab, war das da noch nicht hier. Was's das? Das hier. Bitteschiße. Bin ich so klein oder seh' ich nur so klein aus? Ich hab' so groß wie du, ne? Da war's noch zcial. Oh, da steht was. Er war's auf ne Rückseite. kalong vase 14 16 jahr die jahrhundert also teilern mini up minna polis institute of art ok 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 was kann man hier bei den bildern jungs machen kind f1h maybe the yellow sticky notes was was machst du da oder da ist was da ist was 39 auch cool man 2.5 39 oh mein gott ich kapiere schwierig wir mal hier sind sachen rebecca gabriela susanne isabella hier sehtest abc d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z was kann man hier mal ich bewege meine maus nur ein bisschen und der das ist gar keine taschenlampe das ist uv licht mit links klick hier hier steht vier drauf auf der vase guck mal da ich kann sie fallen lassen da von hier von da um ja irgendwelche kurz oh mein gott ich habe gerade voll in dein schwanz gesehen irgendwelche kurz knacken das ganze zeit jetzt rebecca 0 172 erst mal ja es ist halt es geht und da ist was drin da ist was drin wie kommen wir da ran wir brauchen wahrscheinlich irgendwas kann ich damit hinterher ja das weiß ich den habe ich schon gelesen das ist der 39er da was ist da was machst du da warte mal guck mal ich kann da was machen was machst du da nimm den tresor aus der hand warte oh man ich krieg ich kann den oh ich bin auf dem tisch moin warte komm ich auch hoch ja ey stehn ich bin größer wie du ich bin größer wie du als oh mein gott ich muss mir ja richtig nach oben gucken und dir hin man kann hier irgendwas beim kamin machen man kann hier wahrscheinlich irgendwie bewegen man kann hier irgendwas mit der u machen mit was u der u der u ah ja stimmt das ist sunday oh was meint da hab ich das markiert ja ich hab einfach markiert ha ja maybe the yellow ja warte mal können wir hier noch andere schubladen öffnen oh aua voll in meine fresse geschlagen nee können wir nicht was ist denn hier da unten war noch eine ne oh je ich kann auch hä hier hat doch grad wer geklopft hilfe hier ich bin die end dieser jobs haut man oh ich kann dich hier anleuchten guck mal steht hier was vielleicht an der wand oder so ich habe unter dem tisch mein gott mein gott ist weg bei mir jetzt ja nicht du bist mein gott oh mein gott ich bin unter dem tisch du bist immer unter dem tisch durch guck mal ich werfe die dir auf und ah kann ich hier irgendwas mit den schachteln nee oder doch ich habe eine figur also haben wir die aufstellen das ist nicht von weg ich bin und guck mal ich will was das ist was ist das was ist das was ist das dafür brauchen wir schlüssel da sind wahrscheinlich die anderen ah hier sind noch schachtfiguren warum soll es so da ist schau einfach ein schachtspiel ach oh 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 god oh god jetzt wird es kompliziert ich komme hier nicht mehr raus ich bin stuck ne ne wir müssen nicht schachtspiel weil das ist das steht da drauf was es ist ne das ist nicht die queen das ist glaube ich ein oh wait fuck wir müssen bauern sind doch irgendwie da ne da sind türme da sind springer boah das game ist jetzt schon super kompliziert weil ich nicht weiß was wir machen sollen das réuss ich kann mich am ab warte mal fang guck mal fang ich hab es eben in die fresse lief guck mal fang oh scheiße, ich mache hier alles kaput Oh, es tut mir leid. Was ist das? Steht da was? Er? Oh mein Gott, ich werde angesungen. Ich hab dich markiert. Warte mal, hier ist irgendwas. Mann, wir können hier nichts machen. Ja, vielleicht die Yellow Sticky Notes. Was für Yellow Sticky Notes? Hast du irgendwelche Yellow Sticky Notes gesehen? Was sind Yellow Sticky Notes? Weiß ich doch nicht. Ja, wenn ich nicht mal weiß, was das ist, dann hab ich die wohl gar nicht gesehen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal irgendwas hier machen. So sein. Ey, wie du aussiehst, ne? Ey Bro, bist du schreckt? Ey, wir klutschen uns gerade. Ey, drück mal hoch. Was? Hoch? Drück mal hoch. Dann zoomst du. Ja. Ja, das hab ich doch schon gesagt. Das ist Shift, by the way. Aber okay. Äh, hohe Shift ist was selber. Ja, ja. Ich kann auch so bewegen. Ja, das kann ich gar nicht bewegen, weil ich irgendwie null FPS habe. Ja, dann müsstest du deine FPS da runterstellen. Ich hab 200 FPS. Ja. Ey, mach einen lower. Hä? Der macht viel lower. Ich mach... Ich mach... 120 FPS. Hm. Maybe the Yellow Sticks? Was für Yellow Sticks? Wait. Achso, ne. Das ist... Safe Game mach ich erstmal. Okay. Okay. Ja, lustig. Wir müssen... Ah, hier ist unterm Tisch noch was. Du bist die ganze Zeit unterm Tisch hier und du bemerkst es nicht, dass da was. Und da ist du bist auch so einer. Hallo? Ich hör dich immer. Hallo? So? Ah, jetzt hör dich. Hey, guck mal, ich hab hier was an die Wand geheftet. Oh, sollen wir das an die Wand heften, die ganzen Sachen hier den Scheiß. 39. Oh. Ey, hier ist noch... Noch... Da ist auch noch was da. Hier. Hier. Von Gabriel. Blau, gell? Ja, das... Ja, das hab ich da vorhin schon vorgelesen. Ja? Das bringt uns, glaub ich, nicht sehr viel weiter. Also ich mach... Äh, was ist passiert, wenn ich FPS auf 0 mache? FPS auf 0? Kannst du machen. Ja. Was das geht dann? Weiß ich doch nicht. Okay, es geht nur, wenn es ist 24. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich rate hier gerade. Wenn... Nein. Achso, ich dachte gerade, dass wir... Oh, da ist was. Da ist noch ein Zettel unter. Da, weg damit. Alles in die Ecke da. Porzellan scheißen wir da auch. Porzellan scheißen wir da auch. Oh, da ist was. Da ist noch ein Zettel unter. Guck da. Ich hab's ganz wenig an die Wand geäftet. Da fehlt, glaub ich, uns noch eine Sache. Mann. Fuck. Guck. 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 Ich hab die wirklich nicht getroffen. Ich weiß nicht mal, ich drücke einfach WSD auf alles gleichzeitig. Ich habe den mit der Taschennappel voll ins Kling. Da ist irgendwas noch, aber dafür brauchen wir wahrscheinlich einen Schraubenschlüssel. Hier brauchen wir einen 5-Stelligen-Code, hier einen 3-Stelligen. Aber was ist zu was, ist die Frage? Nein, du siehst so nice aus. Press Enter to chat. Moin. HDF. Oh, ich habe Game Pass geschlossen. Entschuldigung. Ist irgendwas in der Ecke? Oh, ich blass dir ein. Hiwi. Ja, ich komme. Ja, jetzt fahren. Ja, ich komme. Ja, jetzt fahren. Yes. Google Übersetzer. English to Germany. Maybe... Ich komme den Tisch nicht mal hoch. Maybe the yellow... 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 Ich habe die yellow verschrieben. Yellow... Du musst jetzt hier ein Ding ans Top of the Red sein, weil ich zur Kaffee Vielleicht die gelben Haftnotizen Die Haftnotizen in eine bestimmte Reihenfolge, aber in welche denn? Weiß ich nicht Warte mal, hier steht auch In, 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 ich weiß noch welche Oh, ja, ich auch In blau, gelb, grau, orange Nein, das ist hier Erstens Zweitens Ich weiß, wie viele Gläser auf dem Boden liegen, weil du sie alle auf mich geworfen hast Nö, die hab ich da einfach immer mal hingeworfen Hier, in diese Reihenfolge eigentlich 24, 39, 13 Einen Sie, dass ich verrückt bin? Ja Die Frage stellte mir Elon Musk an einem, äh, hier An einem... Abend? Am Silico... äh, in einem Fischlustaren an Silicon Valley Wo steht das, Digi? Da ich wusste, dass, äh, hier Was es zu spät kommen würde Habe ich es mir mit einem Bintonic gemütlich gemacht WTF, was liest du gerade? Ich, ich mach das auf den Kopf Das ist das Buch von Elon Musk Entschuldigung Oder ein Buch, ein Typ, der ein Buch über Elon Musk macht Trigger Elon Musk Also kommt ein Trend in TikTok Oder sind das die Haftnotizen? Ach so, das sind die Haftnotizen Warte mal, die Kapitel wollte Warte, da steht ein Name dran Barbara, Barbara Barbara Schöneberger Barbara Schöneberger Sieh zuerst ein Die Frage ist... Ah, soll das nach Alphabet gehen? A, B, C, D, E, F, G, H, I das heißt sie zuerst was ist er oder es was ist zuerst jetzt hör mal aufhören wir mal wir brauchen vierstelliger code hier unten was ist der code da jetzt 3 3 7 0 2 3 7 0 2 ich sehe nichts 3 7 0 ach so das sind also fünf 3 7 0 2 ja was ist denn ich habe den ersten coach ich habe den ersten code geschaffen und du hast mir gar nicht geholfen ja keine ahnung ich verstehe das spiel ja nicht mal mehr doch wir müssen hier rätsel lösen das ist eigentlich ganz neu jetzt gehen wir mal aus dem weg ich muss schauen was da raus ja ich kann nicht mal den tisch hier rüber hoch das ist traurig my queen big street black street 24 steht hier irgendwo drauf wo das war oder so nein a white collection of dishes ich bin weg und back on the road let's go to dojo oh hier weg gewesen Ich weiß nicht, was er ist. Ich bin nicht frustrat. Hey, guck mal auf meinen Charakter. Ich guck mal auf meinen Charakter. Ich sehe es, man. So, jetzt überlegt mal mit. Hier auf den CDs stehen Daten und alles. Was könnte das bedeuten? Dass ich heute Geburtstag habe. My Queen, Blacker Street, 2A. Okay, was steht da? Ey, du hast mich runtergeschubst. Ich fahre gerade auf den Tisch. Sehr katholisch. Sehr katholisch. Sehr katholisch. Hä? Bist du frustriert? Ich hätte immer einen Tipp. Ja, du kannst mit Haar einen Tipp nehmen. Ich bin frustriert. Ich bin frustriert. Eine wilde Sammlung von Geschirr. Eine wilde Sammlung von Geschirr. Ich kann es nicht verlegen. Zwei. Zwei. Das ist zwei. Warte mal. In das Flaschefeuer reinwerfen. Da kann man die zwei werfen. So. Wir sortieren jetzt mal, okay? Hier ist eins. Da ist zwei. Die packen wir so. Wir packen das in so eine Reihenfolge, okay? Cool. Du musst mithelfen. Ja. Das ist doch. Gibt's für die... Ne, das ist acht. Du hilfst nicht mit. Doch. Nein. Drei. Ich hab drei. Ich hab drei. Ja, ich auch. Ich auch. Hä, du hast auch drei? Ja. Du kleiner. Jetzt helf doch mit, sonst spiel ich das ohne dich. Okay, ja, ich versteh halt nicht, was sie das hier hat. Ich hab's dir doch gerade erklärt. Bist du irgendwie minderbewährlich? Hey, mach mal. Ich hab's fast schon auf dem Tisch. Ich hab's ganze Zeit versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Jihihi. Hä? Ich versuch's dann weg, aber es funktioniert. Mitspringen in Leertaste, Diggi. Ja, mach. Ey, drück ich durchgehend. Ganz halt Spam. Spam mir das. Ich spam mir Leertaste. So, jetzt helf mir mal die vier, fünf mitzusuchen. Die fünf. Okay. Bei den Geschirr. Musst du das Geschirr umdrehen und da steht... Ja, ich weiß nicht, ich weiß, wie das geht. Ich weiß halt nicht, wie man das umdreht. Ja, du musst dann deine Maus bewegen. Ja, alles gut, alles. Oh mein Gott. Ich hab sieben. Ich brauch fünf. Ich hab drei. Wie siehst du denn aus? Ich hab drei. Du hast drei? Warte mal, drop mal. Ja. Hier. Warte. Äh, wie... Hinter dich. Hinter dich beflogen. Ja. Drei? Es gibt... Oh mein Gott, nein. Bitte, es ist noch nein. Was? Ach nö, komm. Es gibt von Geschirr und Teller. Jeweils die... Ich hab vier. Ja, vier hab ich auch. Von, äh, Klaas. Ja, ich hab vier von Teller. So, wo ist denn vier von Klaas? Hier ist das. Ja, okay, danke. Packen wir jetzt mal da ruf. Was ist das da? Ich hab acht. Ich hab sieben. Ja, dann ist passen. gsichung. Ja, ähm, dann packen wir da mal sieben... und du packst ja jetzt dahinter acht. Da-da-da-dun. Magic. Ja. So, jetzt wollen wir... Entweder du, der passt besser kaum etwas zusammen. Ja, da passt ja auch nichts mehr zusammen! Du kleine Olle-Kuh! Das ist ja nicht. Aber wir müssen siebens auf die Eins... Dann dann auch die Kabel auf die zwei. Oh, da sind Muster drauf. Ja, das hast du bis jetzt nicht bemerkt. Ich der ganze Zeit nichts macht, hat das schon vor dir bemerkt. Ja, ich schau mir die nicht genau an. Ja, dann wahrscheinlich nicht nach den Zahlen nach. Ich glaub, das ist verwirrend, dann so. Aber wie machen wir das jetzt? Wissen nicht. Scheiße, wohin fallen die auch? Ach so! Was denn? Ich check it, ich check it. Warte. Okay, dann hätten wir... Dann hätten wir... hier steht 7... 7... 8... 7, 8, 4, 3 müsste es sein. 7, 8, 4, 3? 7, 8, 4, 3. Okay, 7, 8, 4, 3. Ich dachte, das wäre nur noch in die Einfalle stehen. Ja, ja, ich glaube, das ist es. 7... Ah, scheiße, ich habe gerade 8, Mann. 7, 8, 4, 3. Ah, mein Gott, ich bin Profi. Nein, Spaß, wir haben beide da. Damit hatten wir jetzt wirklich beide was zu tun. So, was ist das? Okay. Eine leere Box und was ist das da unter? Was ist das? Das ist aus wie bei Silvester, die Batterien. Ja, nee, aber das ist... was weiß ich. Ein Schatz? Stimmt! Da hat man für immer so Fische drin mit der Angemeld. Warte mal. Ein kleines Kästchen mit einem kleinen Schloss. Jetzt fehlt nur noch ein kleinerer Schlüssel. Aber wo ist der? Ja, nein. Jetzt müssen wir einen Schlüssel suchen, Digi. Aber was ist ein Schlüssel? Hä? Hä? Ich hatte früher, glaube ich, gerade einen gesehen. Früher? Ja, gerade eben. Okay, da ist nicht mehr da, wo ich ihn gesehen habe. Aber wo ist denn das? Was meinst du denn? Er? Sie? Es? 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 Es ist doch ein Rohre geben. Hier drin ist aber auch nichts. Was hat das zu bedeuten, man? Was? Ah, hier ist ein Schlüssel drin. Aber wie machen wir das? Ah! Wir nehmen die Angel. Oh, nee, mach du das mal. Nimm du mal die Angel da. Und fisch den Schlüssel hier raus. Wo ist der Schlüssel? Hier, ich kann markieren. Nee, doch nicht mehr. Hä? Achso, mit Alter. Nee. Nicht mit Alter. Ja, ja, mit Alter. Ja, ja, mit Alter. Ja. Ah, das da drin ist? Jetzt musst du das irgendwie mit interagieren. Das klopfst du nicht? Warte, ich versuch mal. Hast du gekloppt? Okay, ich hab's. Perfekt. So, ich hab den Schlüssel. Wo reinpasst der? Wo ist ein Kästchen? Ah, da! Äh, äh, okay. Guck mal. Was hab ich getan? Ich wollt's aufschließen. Okay, wir müssen die da runternehmen. Warte mal, ich... Ah, die backt! Ah, das sind Schachfiguren! Hä? Was ist das denn? Wir haben Schachfiguren, wir haben Schachfiguren. Wir haben Schlüssel. Ja, 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 aber damit hab ich ja grad die Truhe aufgeschlossen. Ich schüsse damit jetzt die Tür. Oh, mein Gott. Da. Es geht nicht, es geht nicht. Hier. Hier haben wir Schachfiguren. Jetzt müssen wir wissen... Hast du grad gekloppt? Ja, nein. Er sagt, ich hab nicht gekloppt. Ich hör immer Klopfgeräusche. Ich hör... Ich hör auch. Ich hör schon wieder Klopfgeräusche. Warte mal. Mach das irgendwas hier. Ach, der Teil hier, der macht Klopfgeräusche. Ja, komm, leck mich hoch. Okay. Boah, hab ich mich jetzt aufgeschlossen. Ja, ich auch. Die Schachfiguren. König, Dame, Läufer. Okay. Wir müssen kurz im Internet googeln, wie so ein Schachbrett aufgebaut ist. Ich weiß, wie ein Schachbrett aufgebaut ist. Ja, mit den Figuren? Ja. Okay. Dann machen wir das jetzt gemeinsam. Wir bauen das da jetzt auf. Natürlich weiß ich das. Okay, dann machen wir es jetzt. Ich bin gebildet. Ich bin auch gebildet. Ich weiß es so ein bisschen. Also, ich glaube, das ist so richtig. Türme sind an der Ecke, das weiß ich. Danach kommen die Springer, also die Pferde. Bauern sind die Reihe davor. Ich komm... Ja, so ungefähr. Du kommst? Nein. Kannst du das Ding... Kannst du die Figur... Das ist besser. So. Der König muss immer... Wenn du weiß bist, muss der König auf schwarz. So in der Mitte. Ah, ja. Stimmt. Jetzt stimmt. Der König ist der mit dem Kreuz aufgekommen. Ja, ja. Ich weiß. Das steht da auch nochmal. Oh, Mann. Ich mach die Tür hier wieder zu. Ja. Du baut... Du baust... Weiß auch, ich... Ja, okay. Ja. Du rastest. Das sagt... Der, der hier sagt was. Wawawawaw. Hä? Aber man, ich brach die Truhe immer zu. Ähm, dann packen wir das da hin. Hä, warum da hin? Ich dachte, wir machen das so gegen so. Dass es so lang geht. Nein, oder? Nee. Unten ist es ja abgebildet. Wie längs. Hä? Irgendjemand hat... Irgendwas mit Discord. Hä? Discord war bei mir nichts. Ah, doch! Oh! Äh, Nextrash hat Zeit. Wollen wir... Äh... Dann pausieren wir das Game. Spiel speichern. Okay, gut. Dann können wir das Spiel kurz beenden. Ja. Okay. Komm. Oh. Ah, ne. Das war von der Minute. Okay. 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 Okay.